So, ich würd sagen, dann greifen wir mal die Bixer an. So, die haben sich eh schon mit den falschen angelegt. So, Sniper, warte. Oh, 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 wer hat die mich denn da erwischt? Neusterste Verteidigung, ausgeknipst. Warum ist das so dunkel? Ach, weil ich wahrscheinlich am Arsch bin. Ich find das cool, umso mehr du trinkst, umso mehr geht das in Farbe wieder alles. Aber so eine Flasche macht bei mir ein Dreiviertel des Lebens ungefähr voll. Weißt du was, ich würd nur sagen, wir zünden das Ding mal an, lassen das da mal liegen und gehen mal kurz weg. Und es hat nichts gebracht. Okay. Dann wieder ins Auto. Gut, so geht's auch. Hey Leute, was geht? Und wo ist die Feier? Oh, ich misch mich mal ein. Ah, da kommt ja die Kameradschaft, jeee. Und einer kriegt auf die Frassen und dem anderen. Sauber. Finish him. Oh, da war wohl meine Faust schneller als deine. Weil du nennt mich nicht umsonst Jack Lee. Tickiger Klaue des Todes oder sowas. Oder wie auch immer der Film hieß. So, mal sehen, was haben wir hier. Schrott, sehr schön. Sech Ohn und Muni. Scheiße, hier, hier müssen Transfer-Tanks zerstört werden. Ach, ich hasse die Aufgabe. Aber, naja. Zwei von sechs. Fuck off. Gut, hier ist nix. So, Dinky-Dee wieder. Hm, das Gute zu euch. Nice. Ich brauche 900 Schrott, Leute, ne? Ihr wisst Bescheid. Sperrcrew für Jet. Okay. Jo, auch gut. Drei Stück direkt da mal hinzustellen. Ein Schlückchen Wasser. Also, ich finde ja auch sehr, sehr clever, so ne Station immer neben nem Wasserspender, der dir dann Wasser spenden soll. Ja, da das ja nicht wohl grad die ausreichende Ressource hier ist. Direkt daneben zu bauen. Okay, jetzt mal ganz langsam. Sehr schön. Und wir drehen uns und gehen hier. Sehr schön. Okay. Gut, dass wir da mal nachgeschaut haben. Jetzt gehen wir die Treppe hier mal hoch. Äh, war hier nicht irgendwo eine Leiter. Ja. Aha. Direkt bei die Party-People. Äh, mal reingeschneit. Oh man. Oh man. Ah, nein. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Alter, von zwei Seiten ficken die mich gerade, oder was? Puh, endlich! Von hier kam ich, oder? Oder kam ich von dort? Ach, ich bin mir schon gar nicht mehr sicher. Egal, da ist ein Tank, der muss zerstören. Das ist erstmal das Wichtigste immer. Da ist noch Spott. Vier haben wir zerstört. Achso, ja, gut. So kriegt man die auch klein. Jetzt haben wir sieben. Dann gehen wir mal hier hoch. Da haben wir acht. Ah, da noch zerstören. Sonst finden wir die später wieder nicht und wundern uns nicht, wo die sind. Fünf. Aber ich glaube ich kam von dem hier, ne? Ich bin hier hoch und dann meinte ich, ja okay. Wir gehen jetzt erstmal hier gerade durch. Letzte, sehr gut, letzte Insignia. Drei. Neun. Okay, wir haben neun Fähigkeitspunkte. Ich würde mal sagen, die könnten wir mal langsam wieder upgrade'n. Zehn noch eins. Also bis jetzt muss ich sagen, gefällt mir das richtig gut. Es macht richtig Spaß, einfach nach Schrott zu suchen. Hier und da mal nach einer Kiste wegen irgendwas. Das ist die letzte. Sehr schön, die haben wir jetzt auch. Dann können wir jetzt nur noch hier runter wahrscheinlich. Für die letzte Truhe, äh, für den letzten Tanker. Ähm, ja gut, was ist jetzt los? Irgendwas macht er gerade? Ich weiß... Ah, jetzt geht's wieder. Okay, das war gerade richtig komisch. Jetzt hat er festgegangen. Und... Schon wieder. Hallo. Gut, dann spiele ich halt mit der Tastatur weiter, so lang. Äh, wie funktioniert denn jetzt der Spaß? Einfach da hinstellen. Äh, fallen lassen. F ist anzünden und E ist anfallen lassen. Okay. Sehr schön, gut, der Controller will gerade nicht mehr. Und, äh... Das ist scheiße. Was hat denn dieser Sche... Das sag ich ja immer wieder. Xbox-Controller, ne? Was willst du da machen? Ne, er will gerade wirklich nicht mehr. Okay. Dann müssen wir halt die letzten paar Minuten... Ach, scheiße. Ist ja erst Halbzeit von der Folge. Müssen wir halt jetzt so lang, äh... Leider mit nem... Tch. Tch. Ach ne. Boah. Wir haben erst... Was müssen wir schaffen? Dass das Stufe... Zwei wird. Zwei. Und wir sind gerade mal drei irgendwie ein bisschen. M ist wahrscheinlich Karte. N ist Karte. Okay. Ich hab keine Ahnung, wo was denn überhaupt ist. Auch nicht schlecht. Nichtsdestotrotz sind wir hier fertig. Die Frage ist... Wie kommen wir denn hier am einfachsten und schnellsten weg? Kann ja wohl nicht sein, dass wir hier... Aber anscheinend den ganzen Weg zurück. Okay. Okay. Ach, er ist ein Stein dort. Okay. Ähm... Boah. Ist das nervtend. Komm, Controller. Mach keine Miese jetzt. Boah. Er hat irgendwas. Irgendwas hat der Controller. Im Moment. Boah. Boah. Ist das nervtend. Boah. Puh. Also. Das Gebiet ist jetzt... Ja. Es ist gelb. Also weiß ich doch gar nicht warum. Oder gehört das auch noch dazu zu Jets Gebiet? Ich weiß es nicht. Jets Gebiet ist doch nur hier das hier. Äh... Die riesigen Gebilde aus Altmetall und den Überreisen der Toten sollen die Schwachen mit Furcht und Verzweifeln auf ihn zu steuern, die Vogelscheidung und die Schraubungsbedrohung über den Gebiet zu mindern. Ja. Die sind dafür da, das zu mindern. Deswegen muss ich unbedingt Stufe 4 der... Ach, scheiße. Der Dings bekommen. Damit ich hier das Gebiet was kaputt machen kann. Weil das sind alles 3er, 4er Dinge. Äh, 4er Dinge. Und von daher. Aber ich würde sagen, wir machen mal schnell Reise dahin. Gehen noch das Schrott holen, die zwei Sachen. Ich denke, das werden wir in der Folge noch schaffen. Und dann werde ich mal überlegen, was wir sonst noch so tun könnten. So. Erstmal das da jetzt so. Das sieht immer noch Spaß aus. Ich liebe das. So. 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 Oh, das sind ja noch mehr. Oh, aber... So. 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 So, wenn er einmal unten liegt, hat er da viel verloren schon. Meine Wutanzeige füllt sich mittlerweile ziemlich, ziemlich schnell, muss man sagen. Da hinten liegt Schrott. Dachte ich mir, dass es zwei Teile sind. Wo ist es denn? Ob ich sowas hasse, ne? Ach, da, oh neil. Okay. Oh, fertig. Das hindert aber nicht, das verringert leider nicht den, das verringert leider nicht. So, aber Eingrater, ich bin hier auf dem anderen, vergesse ich schon nicht da. Ich sehe jetzt jedenfalls ein Wunsch-Kurs auf eine neue Art, yeah. Neuer Legendenrad, Radbringer, wuhu. Und das heißt, wir kriegen auch jetzt, glaube ich, neue Fähigkeitspunkte zum Verteilen. Neuen haben wir ja nicht mit mir rein, wir können ja auch irgendwann nochmal verteilen. Und nochmal, wo ist denn der nächste, wenn? Äh. Aber man sieht, unser Auto ist müllstark, neuer Feind. Und wir wollen ja auch 100% von allem haben. Und wir wollen ja auch 100% von allem haben. Und wir wollen ja 100% von allem haben. Da ist Schrott. Okay, wir können. So. Denkst du, das ist eklig, Kumpel? Die Leute werden alle möglichen Krabbelfiecher essen, wenn wir in die Zukunft keine Ressourcen mehr haben. Ich rübe über Kapkalaken, Larven und so weiter, was auch immer. Außerdem sind sie recht gut, sobald man über das Aussehen hinweg ist. Monty. Und rein in die gute Stube. Und dann schauen wir uns jetzt mal direkt die Vogelsche... Ah, die Vogelsche... ... und dann schauen wir uns jetzt mal wieder mal ein paar Zappen. Aber dann geht es mal wieder mal wieder mal wieder mal... Das ist gut. Ja, das ist gut. Ich habe überlegt, wir könnten die doch mal mit dem... ... mit dem Panzerhaus wegknallen, oder? Ich habe das nicht gut. Aber die Kato überschlägt sich jedes Mal aufs Neue fast. So. Da ist der Kerl. Da haben wir direkt zugekommen. Und das Gebiet ist wieder ein Stückchen besser. Aber ich würde sagen, wir versuchen... Ja, wir gehen jetzt noch unsere Vieligkeitspunkte ausgeben und dann fange ich in der nächsten Folge mal mit der Panzerfonds die Scheiße da weg mitzuwattern, bei Pink Ice Gebiet. Wenn das natürlich funktioniert, ist das natürlich auch gut. Ah, da geht der Spaß wieder los mit dem. Da wird alles so trüb, so hell, so ist so ein richtiger Wanderer, der Kerl. Das erzählte mir irgendeine Story wieder. Ja. Tell me about the ones you leave dead by the road. Or the lives choked out. Not my choice to kill. You seem to enjoy. Never. You don't fear killing, because you think you control it. You tell yourself such. Blood is not on your hands, but on theirs. Perhaps it's not the killing you enjoy. Sorry, but the moments of silence, the fighting brings you. Und da boostet er mit 12 Punkte und wir können... Uhuhuhu. Leute, 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 wir können dick auf upgraden wieder. Viel kommt ja nicht mehr, wenn wir jetzt schon wieder 12 ausgeben, ja. Also, nicht schlecht. Wir kommen gut voran, gut voran. So. Mehr Leben. Das ist klar, dass ich das immer haben will. Mehr Schrott suchen ist definitiv immer drin, ne. Durch Waffen mehr Schaden, ne. Ich würde sagen, dass wir mehr Leben regenerieren. Mehr Nahrung, mehr Sprit und... Die Legendenstufe hören wir mal wieder. Bäm, unser Leben ist noch höher geworden. Noch mehr, noch gut. Und direkt haben wir 6 Punkte bekommen, oder was? Das muss ich mir jetzt anschauen. Ne, 0. Wir sind Stufe 3, Erratbringer. So, wie es aussieht. Okay. Äh, ja. Ich denke mal, da müssen wir jetzt nicht mehr unbedingt hin. Fürs Erste. Äh, Black Mountain ist nicht so wichtig. Obwohl, doch. Wahrscheinlich ist er... Ich bin mal weg. Äh, so, mal sehen. Wahrscheinlich müssen wir das auch machen, aber ich will es unbedingt wissen, ob es klappt. Von daher. Dahin, aber erst bei der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und unterstützt mich, ja. Ciao. Bis dahin, haut rein und unterstützt mich, ja.